Dann schauen wir doch mal. Haben noch ein paar unidentifizierte Sachen, aber damit können wir eigentlich leben. Steine sind immer wieder Mangelware. Ah ne, da sind noch ein paar. Okay, dann wollen wir jetzt mal in die beiden Gebiete schauen, die wir eben entdeckt haben. Also zuerst natürlich in das, was näher an Neshkel dran ist. Und dann noch das andere. Und wenn wir das denn durch haben und die Kommandanten immer noch nicht gefunden haben, dann machen wir jetzt noch was anderes. Weil die ganze Schwertküste nach jemandem absuchen, der nicht gefunden werden will, macht nicht wirklich viel Sinn. Und so kann die Quest eigentlich auch nicht gedacht sein. Ich denke mal im Laufe unserer Abenteuer werden wir automatisch irgendwann auf ihn stoßen. So, also dahin. Okay, wir sehen keine Feinde. Also ist es der Wolf oder der Bär? Schauen wir mal. Hm, der Bär. Ninja Bär. Ja, Schahira. Und 650 Erfahrungspunkte lässt sich mit leben. Ja. So. Und weiter. Schauen wir uns mal kurz hier am Anfang ein bisschen um und danach decke ich den Rest wieder auf. Ist das hier ein Weg? Oh, ich höre Gnolle. Oh, ich höre Gnolle. Da. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ein einzelner Gnolle? Hm, komisch. Gucken wir doch mal, wo der hergekommen ist. Na, da schien echt alleine gewesen zu sein. Komische Gnolle. Na gut, ich deckte meinen Rest der Karte auf. Oh, Manu. Aber mich ergehen lassen muss. Kommt ihr denn schon angelaufen, wenn Drisset nur erwähnt wird? Ihr da. Helft ihr einem Fremden in der Not? Ich bin von Gnollen befallen. Okay. Ein halbnackter Joe fragt um Hilfe. Hm. Na gut. Uns bleibt nicht wirklich eine Wahl als guter Charakter. Fürchtet euch nicht. Wir werden nicht tatenlos zusehen, während anderen Gefahr sind. Auch wenn Joe nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sie nette Typen sind. So kämpfen wir denn Seite an Seite. Ich begrüße eure Hilfe sehr. Diese Gnolle sind lästige Biester und ich bin froh, wenn ich mit ihnen fertig bin. Ach, der ist gar nicht halbnackt. Das war nur sein Umhang. Ich sag ja, Elfen und Halbelfen sehen alle ein bisschen schmächtig aus. Selbst wenn es berühmte Helden sind. Und ja, er ist ein sehr bekannter Charakter. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Warum auch immer er uns im Hilfe gefragt hat. Aber. Na gut. Hast du nichts mehr zu sagen? Wir sind alle tot. Eine Menge Leichen. Ha. Komischer Typ. Na gut. Sammeln wir die Leichen ein und gehen weiter. Na, was machst du jetzt? Ach, willst du auch plündern, ha? Ne, 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 das sind unsere. Wir sind sechs, du bist einer. Eigentlich müsst ihr jetzt noch was sagen. Bin ich mir ziemlich sicher. Alternativ könnten wir noch angreifen. Aber, ne, wir sind hier gute Leute. Und er steht auf dem Ring. Nächster, Sonsa. Gehen wir noch einmal den Perimeter ab. Es kann gut sein, dass ein Gnoll weggelaufen ist. Und er so lange nicht mit uns spricht, bis alle Gnollidionen rumstanden, tot sind. Das ist natürlich ärgerlich. Aber, ne, schaut nicht so aus. Na gut. Das war der bekannte drittste Urden. Der anscheinend nicht sehr viel zu sagen hat. Na gut. Denk ich mir weiter die Karte auf. Hm, was haben wir denn hier? Verlassene Hütte. Dieses Haus sieht verlassener aus. Okay, also kann man da nicht rein. Hey, aber hier ist jemand, den man ansprechen kann. Genau, geh, ohren, geh vor. Seid bitte ein bisschen leiser, ja? Ist schon schwer genug, hier Fische zu fangen. Da müsst ihr sie nicht noch alle verscheuchen. Ein Fischkampf? Das habt ihr bestimmt noch nie gemacht, oder? Hä? Ähm, was meint der mit Fischkampf? Entschuldigung, ich muss einfach ein Gehen wieder. Ähm, Entschuldigung, ich werde euch jetzt arbeiten lassen. Vielen Dank, obwohl das hier nicht meine Berufung ist. Die Minen ziehe ich eigentlich vor. Aber noch lieber bleibe ich am Leben. Es ist momentan einfach nicht sicher, ein Mann der Tiefe zu sein. Irgendwie muss ich natürlich auch die Familie ernähren. Recht hat er, aber die Minen sind eigentlich schon wieder sicher. Sprechen wir ihn nochmal an? Nö. Hätte gut sein können, dass es das erste Mal ansprechen, immer den selben Text gibt und dann, wenn man ihn nach den Minen nochmal anspricht, aber anscheinend nicht. Und er lebt hier in einem verlassenen Haus, dann ist es nicht wirklich verlassen, oder? Na ja. Oh, Untote. Er lebt in einem verlassenen Haus, wo Untote rumfliegen, äh, rumlaufen. Komischer Typ. Und angelt dabei seelenruhig. Da kommt schon Minsk. Na gut, aber nach den Skeletten erforsche ich weiter und melde mich dann wieder, wenn man es gibt. Ah, haben wir hier noch einen, oder das ist dasselbe? Naja, der andere war da drüben. Willst du auch gegen Fische kämpfen? Na komm, lass mal Gehroon durch. Ein herzliches Willkommen, also er ist schon mal netter. Wollt ihr eure Kräfte mit dem Wesen im Wasser messen? Das ist ein feiner Beruf und so viel Spaß wie hierbei habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wirklich sehr lange nicht mehr. Ähm, okay. Entschuldigt die Feststellung, aber hier scheint mir etwas, oh, wie soll ich sagen, etwas irre zu sein. Bleibt am Wasser, falls die Leute aus dem Dorf mit Fackern auf euch losgehen. Ähm. Es gibt hier keine wirklich nette Antwort. Dann nehmen wir das Zweite. Er soll wohl irre sein. Ich kann euch keine Meinung vorschreiben, aber selbst schätze ich mich gerne als optimistisch ein. Ich habe auch während der Eisenknappheit mit dem ganzen Blabla keine Arbeit mehr. Und dem ganzen Blabla keine Arbeit mehr. Aber ich habe einfach beschlossen, mich davon nicht entnutsigen zu lassen. Na und, dann arbeite ich eben nicht mehr in der Mine. Ich ernähre mich vom Angeln und bin immerhin nicht mehr so bleich, weil ich ein bisschen Sonne abkriege. Wenn es euch nicht stört, muss ich jetzt ein bisschen singen. Äh, ja. Momentan kriegst du jede Menge Regen ab. Gucken wir mal kurz, ob er ein Böser ist. Tennegan ist böse. Und Dritts, der immer noch irgendwo rumsteht, hat widerstanden. Hm. Wer auch immer Tennegan ist. War das der andere Angler? Ein Böser Angler aus den neun Höllen. Na gut. Äh, da lang. Oh. Ha, Tennegan. Okay. Gehen wir einfach davon aus, wir haben jetzt Böses entdecken kurz gezaubert. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass er ein Böser Charakter ist. Bleibt auf der Stelle stehen. Wenn ihr eure Waffen wegwerft und mit uns kooperiert, dann wird nie mehr etwas geschehen. Okay, anhand der Worte würden wir auch rausfinden, dass er nicht gerade der netteste Kerl ist. Wenn nicht, werdet ihr alle sterben. Ihr müsst euch nur entscheiden. Äh. Was wollt ihr für uns und wer seid ihr? Ich heiße Tennegan und das ist Jemby, mein Mädchen. Der hässliche da ist Zeca. Ähm. Welcher hässliche. Na gut, also ihr seid wohl zu dritt. Was wir wollen ist euer Geld. Rückt eure ganze Kohle raus und es wird euch nichts passieren. Bevor ihr etwas überstürzt, denkt eine Weile darüber nach. Ich bin sicher, dass euer Leben mehr wird als ein bisschen Gold, das ihr vielleicht besitzt. Wir besitzen eine ganze Menge Gold, oder? Ja. Ihr gierigen Räuber, ihr verpestet unsere Straßen mit eurem Gestank. Zieht eure Schwerter. Oder Keulen und Stäbe und unsichtbare Dinge. Dumm, dumm. Jetzt müsst ihr sterben. Ja. Ne, denke ich nicht. Oh, wir sind alle verteilt. Das ist nicht so toll. Na gut, wir gehen erstmal alle auf die Magierin. Hat er kein Schild an? Doch. Sagt kurz so aus. Ach, und das pausiert nicht, wenn man ins Inventar geht. Irgendwann werde ich es lernen. So, also alle auf die Magierin. Du zauberst auch auf die Magierin. Ach, der Hässliche da ist der Popgoblin. Oh. Jahira hat Angst. Und sie ist die Einzige, die Furcht bannen kann. Toll. Na gut. Noch ein magisches Geschoss drauf. Immolen benutzt auch hier einen Stab. Warum nicht? So. Das war's mit der Magierin. Oh, 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 oh. Weg da, weg da, weg da, weg da. Dünner hier kann Gift verlangsamen. Mit der Fähigkeit genau da. Der braucht trotzdem mal... Ah, die Spielpause ist beendet, weil ich Inventar gedrückt habe. Na toll. Und Jahira stirbt auch. Und ich kann sie nicht kontrollieren. Er hat keine Heilzauber mehr. Das könnte übel enden. Aber unser Lieblingsheiler wird bestimmt einen guten Preis für uns machen. Ah, jetzt kann ich sie wieder kontrollieren. Sie hat aber keine Heilzauber, also es ist auch egal. Auf wen schießt er hier? Auf... ...Jahira? Ja. Ja. Er schoss auf Jahira. So. Zwei Leute tot. Sie werden auf jeden Fall wieder nachstehen müssen. Sie hat keine Pfeile mehr. So, schön Abstand nehmen. Okay. Das war jetzt... ...übler als erwartet. Hoffentlich haben die wenigstens was ordentliches dabei. Ein paar Goldmünzen. Super. Aber Minzgarten Level Up. Das ist doch schon mal was. So, das sind nicht die Sachen von Dünner hier. Das sind die von einem anderen Zauberer. Also schon mal eine Robe. Und drei Spruchrollen. Da haben wir ja schon fast die Wiederbelebungskosten wieder drin. Aber nur fast. Das werden... Die sind zwischen Level 3, oder? Äh, müsste hinkommen. Da sind schon mal 600 Gold zusammen zum Wiederbeleben. Das ist echt fraglich, ob wir die hier zusammenbekommen von dem Loot. Was hat er? Nichts Magisches. Nö. Okay, definitiv ein Minusgeschäft. Aber es kann halt nicht immer gut laufen. So, könnt ihr alles tragen. So, jetzt müssen wir noch die Sachen mitbekommen von den beiden. Will die einfach hier liegen lassen. Vor allem das Magische Schild werde ich garantiert nicht. So, die packen wir mal da rein. Allein zum Platz sparen. Die Pfeile können weg. Helm und Rüstung noch. Trank. Und Schahiras Sachen. Geben wir die Sachen mal immer hin. Aber er kann ja auch nicht so viel tragen. Na gut, die leichten Sachen können dazu Chirugon. Dann hat Minsk noch Platz. So. Du nimmst jetzt Schahiras Sachen. Schahira ist da gestorben. Ne jo. So. Kriegen wir noch alles gerade mal mit. Okay. Dann auf nach Naschkellen. Und jetzt kann man d swim. Okay. So. So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020